schön dass ihr wieder dabei seid ich habe hier den LEDVAN Smart Plus Kompakt Outdoor Plug EU und was die da alles machen kann das erfahrt ihr in diesem Video ja willkommen zurück ich habe jetzt hier den Smartpack in der Hand das ist wie gesagt die Kompakt Variante ist deutlich kleiner als das Modell was man schon von Osram kennt und ja ist auch entsprechend gräulicher also beziehungsweise einem Grauton gehalten die Osram Variante ist in einem Weißton darüber könnt ihr schon mal ganz gut unterscheiden und wie gesagt ist dann im Namen der Begriff Kompakt bedeutet dann halt wie gesagt die kleine Variante und wenn dann nichts also nicht kompakt im Namen steht dann ist es halt die Osram Variante die schon ein bisschen länger auf dem Markt ist ja da ihr euch das Video jetzt anschaut denke ich mal habt ihr Geräte im Garten oder Leuchtmittel die ihr entsprechend smart machen möchtet da ist dann so ein Plug dann hier die richtige Wahl ich habe das jetzt mal symbolisch aufgebaut also zum Beispiel hier die Lampe ist dann eure Gartenpumpe wird dann statt einfach nur so in die Steckdose dann entsprechend in so ein Plug hier reingesteckt das mache ich jetzt einfach mal also hier das ist dann der Plug der zum Beispiel in der Hauswand drin steckt dann kommt die Gartenpumpe von einem Teich oder irgendein beliebiges Leuchtmittel dann entsprechend in diesen Plug rein und dann könnt ihr den entweder jetzt ja hier über diese Seitentaste entsprechend an und ausschalten die auf der linken Seite oder auf der rechten Seite ist dann so ein kleiner Knopf darüber könnt ihr das der den Plug entsprechend schalten oder wenn ich jetzt in meine Philips Hue App reingehe und dann habe ich hier schon den meine Dachterrasse und darüber könnt ihr dann ja entsprechend auch den Plug hier oben entsprechend schalten können wir an und ausschalten Dimm lässt er natürlich nicht aber ist ja klar hier gibt es ja nur eine Möglichkeit das Ding an und aus zu schalten und dementsprechend wäre jetzt das das hier ja eure Gartenpumpe und hier der Plug würde dann entsprechend den Strom halt dahin leiten ist jetzt nur symbolisch stellt euch jetzt einfach ein elektrisches anderes Gerät vor ich denke das Beispiel sollte halt jetzt nur dazu dienen um euch das zu zeigen aber ich denke ihr wisst schon was ich damit sagen möchte ja der Plug zum Beispiel jetzt ist er jetzt gerade angeschaltet aber ihr seht manchmal reagiert er nicht sofort aber das kann auch daran liegen dass ich jetzt öfters nacheinander ein und ausgeschaltet habe in der Regel funktioniert hier der Plug relativ zuverlässig natürlich kann es mal sein dass er nicht als nicht erreichbar angezeigt wird ist bei mir jetzt einmal vorgekommen dann müsste er vielleicht mal nach draußen gehen und einmal hier auf diesen seitlichen Knopf drücken und schon ja ist der Plug dann wieder erreichbar was kann man damit zum Beispiel machen ihr könnt zum Beispiel jetzt in diesem Beispiel ja sagen die Gartenpumpe oder die Teichpumpe soll immer abends angehen zum Beispiel im Sommer sitzt man ja öfters abends auf der Dachterrasse oder im Garten dann sagt man jetzt zum Beispiel okay immer um 18 Uhr so hier entsprechend die Gartenpumpe jetzt die Lampe halt entsprechend angehen dann kann man das in der Philips Hue App konfigurieren und um 21 Uhr beziehungsweise man kann auch sagen 23 24 oder nächsten Tag wie auch immer sogar plus minus noch mit Zeit versetzt arbeiten kann man dann sagen okay der Plug geht dann entsprechend aus und dann wäre natürlich auch hier die Gartenpumpe auch wieder aus diesen Plug den gibt es natürlich auch schon als Indoor Variante hier haben wir halt die Outdoor Variante das ist dann entsprechend eine IP44 Zertifizierung was bedeutet das effektiv das heißt zu einem dass wenn ihr da einen Stecker reinsteckt das ist jetzt hier ein schlechtes Beispiel aber es gibt ja auch Stecker die IP44 zertifiziert sind bin ich der Meinung wenn er den dann da rein steckt dann könnt ihr diesen Plug auch draußen hängen lassen aber Achtung natürlich nicht im Regen sondern halt nur in einem Regen geschützten Bereich der ist zwar IP44 Zertifiziert aber wenn es jetzt längere Zeit Regen oder so dann ist natürlich dieses Modell hier die falsche Wahl denn eine komplette Wasserdichtigkeit ist natürlich nicht gegeben sondern nur das jetzt gegen Tauwasser Spritzwasser etc geschützt ist also nicht einfach so irgendwie auf den Rasen stellen da eine irgendwie irgendwo einstecken oder so sondern speziell in der Hauswand oder Kellereingangsbereich zum Beispiel also von der äußerlichen Seite da sehe ich dann den Plug eher den Einsatzort und nicht halt ja komplett im Freien ohne Schutz vor Wasser hatte ja IP44 Zertifizierung hatte ich euch ja gesagt ansonsten ja es sind hier noch Schutzkontakte verbaut das heißt ihr könnt auch Geräte anschließen die entsprechenden Schutzkontakt haben und bis zu 3800 Watt sind hier möglich es kann auch mehr angeschlossen werden aber dafür übernimmt dann keiner die Haftung weil Osland gibt nur bis 3800 Watt an und alles darüber ist halt auf eigene Gefahr und sollte man halt möglichst vermeiden denn der Plug ist wie gesagt nur bis 3800 Watt freigegeben und darüber kann es dann passieren dass der Plug dann entsprechend kaputt geht und naja das sollte man natürlich unbedingt vermeiden und deswegen guckt ob ihr dann Verbraucher habt ich denke mal nicht viele Verbraucher im Garten schaffen bis zu 3800 Watt naja also guckt auf jeden Fall vorher dass ihr da Geräte anschließt die nicht zu viel Watt haben damit ihr da auf der sicheren Seite seid ansonsten noch eine Sache zur Verbindung wir haben hier die Zigbee Variante das Modell gibt es aber auch als Wifi Variante was auf jeden Fall nicht kommen wird ist die Bluetooth Variante aus dem Grund dass Bluetooth entsprechend eine kürzere Reichweite hat und dann natürlich nicht dem Sinn der smarten Steuerung im Garten halt gerecht wird weil Outdoor Geräte können halt schon mal weiter weg sein und dann mit dem Handy immer hin zu laufen um die Bluetooth Verbindung zu bekommen ist natürlich nicht so sinnvoll deswegen Wifi und Bluetooth ist hier dann quasi die die zwei Varianten habt ihr dann hier und Bluetooth gibt es dann nicht ansonsten noch einen kurzen Gedanken zum Preis Osram ruft ja eine UVP von 30 Euro auf das bedeutet für 30 Euro kommt er diesen Outdoor Plug ist ein fairer Preis bei Amazon denke mal einige Händler werden den Preis entsprechend auch demnächst etwas senken dann kann man wahrscheinlich schon ab 25 Euro oder weniger zugreifen aber geht mal so rund um die 30 Euro plus minus 5 Euro aus je nachdem wie die Verfügbarkeit ist ich habe den jetzt hier auch für 30 Euro gekauft das heißt jetzt ich habe den UVP Preis bezahlt falls ihr dann irgendwie mal Glück habt und kommt ihr für 25 Euro dann greift auf jeden Fall zu ja ansonsten falls ihr noch Fragen habt dazu könnt ihr euch gerne melden also in den Kommentaren oder auch bei uns auf dem Blog unter dem Beitrag ich beantworte natürlich auch jede Mail die er uns schickt und ja dann vergesst auf jeden Fall nicht zu abonnieren da würden wir uns riesig freuen und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder